Moment, Moment. Vielleicht hast du sie auch durch den Schmied gekriegt, das werde ich erst später sehen. Also jetzt kämpfe. Ich werde jetzt erst mal das Zeug los. Ich will kein Cheater Zeug. Nein, jetzt behalt die Waffe! Die ist nicht stark! Die Anfangsfecher tötest du, mein Gott! Jetzt geh weiter! Ich habe die für die anderen Partymitglieder kaputt gemacht. Ach, schon wieder so eins mit mehreren Kämpfen, ojejeje. Hast du es draufgeklickt? Ja. Wir sind zu spät! Ist das mein Bruder? Woher geht's, Furia? Furia, was tust du hier? Da steht nix von hier! Habt mich los, jetzt! Das ist das, das der Schmied auf dem Schmied. Dieser, dieser saure Schmied von meinem Bruder. Dieser geärgerte. Dieser Wilde. Ich muss ihm helfen! Ich wartei! Das war's! Ich glaub' was für mich! Dann hab' ich spät! Das ist der Prinzip mit ihm! Wir haben uns davor im Bruder geötet! Das ist wel, was du noch studiert! Dann hab' ich beantwortet! Ich bin ein solches, das du noch wść! Nein, du haben uns zukommen! Ich muss mit meinen Schmied. Ich kann mich nicht aufpassen! Ich kann mich auf jeden Fall auch aufpassen! Doch, dass du doch kannst du mit ihm selbst machen! Ich werde nicht zu ihm bringen, versprochen! Denn du musst mit mir kommen! Warte! Du musst mit mir kommen! Aber du musst mit mir herkommen, Scheiße. Was? Ich kann dir nicht vertrauen, ohne die Shana... ...und dann hättest du bisher niemanden gerettet, nicht wahr, Elise? Ich kann niemanden retten, aber ich kann dir meine Stärke zur Seite stellen... ...ne, ich kann dir meine Stärkeleien, wenn du mir zur Seite stehst. Ich weiß, du vertraust mir nicht, aber ich würde dir gerne helfen. Was? Aber ich würde dir gerne helfen. You just the same. Huh? Würde dir gerne helfen? Das hab ich jetzt schon weitergedrückt, ich kann's nicht mehr lieben. I would like to help you just the same. Aber ich möchte dir helfen halt. Okay, aber ich will, dass du dein Versprechen hältst. Ich werde sehen, ob du dein Versprechen hältst. Keine Angst. Sein, äh, was heißt Ritiklös nochmal? Oh, weiß ich keine Nummer. Was für ein komischer Mann. Er könnte auch einfach sagen, halt die Schnauze und folge mir. Aber er tat es nicht! Und das ist es, was Leo macht. Leo macht. Leo macht. Leo macht. Saunmusik. Jetzt stirbt der Gary. Das Schlachtfeld finde ich, glaube ich, am schönsten immer. Der Geist. Das ist ja auch immer wieder. Der wird verhindert. Der wird verhindert. Der wird verhindert. muss halt die gesamte optik das ist wahrscheinlich natur was die hat die sehren sowie die hengen ich glaube das ist eine fantasiewelt im platz hat ich glaube da ist alles natur ich sollte mal vorher durchlesen was immer für eine komische meldung kommt ich glaube ich kann nicht mehr als 25 gras nehmen oder so ich habe echt nicht gesehen dass sie so viel magie bauer hat das ist das wäre die normale macht die du bist nein ich habe nur auf die alle werden werden nachkämpfer deswegen habe ich nur auf den attack damit gesehen habe ich es hoch aber es wird wohl halt die nächste waffe sein ja die nächste war und dann ist er die etwa eine triljade der wird ja genau so weit kann man nicht mal zählen ist ein normales kind jetzt was das spiel spielt ja muss ich mal mache ich mir halt dann auf screen besorge ich mir halt dann wieder eine normale waffe wenn ich mal auf euch warten muss weil es ja ich keine absicht ich muss kontrollieren wenn du das der schmied kann ja das auch machen durch sehr viel glück nicht weil du weißt dass er selber nicht mehr das gleich ist ja alles in ordnung das gras kannst du kaufen wenn du maximal hast ja muss immer machen ja wenn wir die verlinkung machen sind alle dran und hier haben wir keine verlinkung gemacht das war nur eine obermuff die da dreimal zugehauen ja das ist so wahrscheinlich ein kleinere post gegner muss halt gucken wie viel ap da hat da kannst du schon denken wie viel skills er machen kann wenn der billigste acht kostet kleiner nubiger gary mir kann der gegner nicht einmal zum schlagen ich habe fast alle getötet bis auf einen ich habe auch nur zwei stehen scheint bringt eine macht nicht viel nicht das schwert macht ein mächtiges sondern derjenige der es führt das war's mit deinem boss typen hey fragt man noch live habe ich gekriegt so und der dürfte jetzt auch geschichte sein wir sind alle level ab jetzt hat welches level bist du jetzt tja das ist es so gern schwäch legen wie viel tag damit hast du jetzt die magier mache ich immer nur die intelligenz so was anderes brauchen die netz die näher am anfang immer als erstes dran wegen der verlegen joe quiet will of power resolve hat auch die rante ja ja speichern immer schön zwischendrin speichern wo sind das für typen die schon stark aus hätte schon heute schon aus wie selbst wird jetzt musst du hier in deinem video die sehr wir auf muss ich ein was haben wir denn hier eins zwei drei kleine schweinchen alle wollen haben gewünscht sich zu sterben diesen text hat dieser text hat mir bestimmt sehr gut gefallen so was jetzt komm dann ich werde euch so lange verprügeln bis blut blut einschläge hatte das text bis mich der tod nimmt hat er eine sense hat eine sense ja hat er war mein bruder das gefällt die gary immer mehr du bist der früher seit jo früher bist du das ist das das war so sehr gut vorgeschlagen so leise war aber was ich kann mal so leise bei mir okay äh gold neos sagst du wie sie alle flüchten bestimmt wegen deinem ultradecker haben die gesehen und scheiße hat den ultradecker bloß weg er hat zwei pürsten er hat die pürsten des todes der name gold ne meint nichts nimmst du jetzt gefangene du hast dieses hondos kam und ehrenwärter nein das ist das ist nicht das was ich im kopf habe aber der general wünsche ich einen kampf wir können mich da verweigern dann was da hat ne knarre da hat ne knarre oh das gefällt die gary immer mehr er kriegt gleich ein orgasmus wo hat die tussi ihre bürsten wieso hat die jetzt keine bürsten mehr wo sind die bürsten wo sind die bürsten oh mein gott ja oh der ist tot wer ist tot wer ist tot bei mir der typ ist tot hast du schon gekämpft und bist schon gestorben du lach du ja du kannst ja schnell laden auch so wäre er nicht fertig du hast bestimmt geschweige vor dem Fall ne ich mach die wiederbeleben mit dem fragment das bei den kampf gibt es ja auch was besonderes oh ja aber wenn man selber wenn man selber nachdenkt dann kommt man auch drauf gary die warnhütten das ist nicht das besondere das ist ein richtiger post wahrscheinlich wenn ich ähm den typen übelst 1 drüber ziehe dass ich dann ähm wahrscheinlich besonderes item krieg wenn ich den overkill nein das ist was ganz normales dass du jeden post overkill so irgendein item kriegst da ist irgendwas wenn eins in eins zusammenzählt und die geschichte verfolgt hat das werdet ihr sehen gut dann ist es wahrscheinlich bei mir schon mal nicht du kannst es ja schon denken was es ist aber du hast es nicht erfüllt weil du schon scheiße gemacht